und willkommen zurück zu uncharted 4 willkommen in schottland da befinden wir uns glaube ich gerade ja ist schottland und ich würde sagen weiter geht's die wilde fahrt da ist er der schlafraum der mönche und da glaube ich müssen wir hin in die verfallene burg oder das ist ich hoffe wir schaffen es in dieser folge so wie ich sagen rutschen wir mal hier runter sieht ziemlich rutschig aus die hosen aufgerissen jetzt so und da werden wir jetzt runter rutschen und dann daran springen geschafft so kommen guter kommt gleich nach wo ist er traut sich wieder nicht kommt erst wenn ich jetzt die abschließung oben ich glaube nicht schlechte deckung die jungen rekruten noch was bei wie ging es weiter dank uns konnte er sie einnimmt aber als das geld ausging hatten wir keinen grund mehr da zu bleiben hat die nacht nicht überlebt gut gemacht er muss ich schon mitnehmen wie sagt er den geschäft ist geschäft es sind so viele gegner ich glaube wir können uns vielleicht so krallen du den linken ich den rechten okay so auf jeden fall glaube ich besser wenn wir geschossen glaube ich die ganzen mobs hier auf uns gezogen ganzen moped männer wie es schön heißt so ich glaube ich werde jetzt so machen dass ich von hohem gras zu hohem gras irgendwie sprinte habt ihr den ort vorbereitet riethof ist bereit für den reichen kerl ok da hinten ist glaube ich irgendwie so ein explosionsfass oder was es ist und zwar gestern irgendwas gefunden wir haben wohl etwas entdeckt genaueres weiß ich nicht 1 2 3 4 gegner 5 gegner sehe ich jetzt ich stehe optimal jetzt gerade so komm mal her bitch ja es geil wäre wenn ich mir die klamotten von denen anziehen könnte dann könnte ich hier schön ruhig durchmarschieren und ein nach andern schön leise killen das wird eigentlich nicht mehr im plan ich glaube das blöde scheiß fass was mieter erwischt hat nur die normachen da könnte sich neben mir also ich bin schon bei mir lobezelt meine ecke ich spreche wo ist denn der andere? ist denn nicht da? Den haben wir auf jeden Fall schon mal Ich seh ja Ach da oben steht er Kriegen wir den hier irgendwie? Da ist einer Oh wow 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 Das Ding mit nem Headshot abknallen Ich halte den Rücken rein Boah Scheiße Lass ihn in Ruhe Gut gemacht Oh alter Hab ich ja hier nicht gesehen Stirb Stirb Die Beine kommen! Nicht, 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 nicht! Oh, verflucht! Geben, Mann! Meine Fress, was haben die denn? Äh... Gehen wir ein bisschen zurück. Nachladen. Ich schmeiß aber ganz schön genau. Okay, wir sagen, wir gehen mal mit davor jetzt. Hinter uns, oder was? Wo die mal herkommen? Oh, verflucht! Zeig dich endlich! Zu nah! Ah, verflucht! Nachschau! Na, verflucht! Verflucht! Nein, 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 nein! Mei, was haben die denn Granaten? Das ist ja Wahnsinn. Ah, selber in die Luft gesprengt. Uh. Das war nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Okay. Eine Magnum, geil. Ich hoffe mal, dass wir mit Einschuss down sind dann. Die nehmen wir jetzt mal nicht mit. Mal schauen wie die Magnum sie ist. Okay, wenn hier kommen wir nicht ran. So, hier müsste ich an den rankommen. Gut. Gut. Direkt hinter diesen Mauern. Okay. Wir sind dem Ziel nahe. Okay, hier gibt's wieder Rundi. Okay. Okay. Okay, der tritt die Bums. Hat er ja bloß 8 Schuss? Äh. Weiter geht's. Nehmen wir mal AK-47 Munition. Die können wir immer gebrauchen. Okay, hier glaube ich brauche ich jetzt nicht runterspringen. Was für eine Aussicht. Ich glaube da hinten komme ich nicht entlang. Hier werde ich sterben. Ich muss irgendwo anders lang. Hier sterbe ich doch, wenn ich hier runter gehe. Ah, sieh schon. Das könnte vielleicht was sein. Irgendwie hier rauf oder so. Okay, dann schauen wir mal den Weg. Hier eventuell rüber. Genau, hier runter springen. Okay. Nein. Wird ein bisschen tricky. Okay. So. Das müsste ich glaube ich irgendwie ... Ich muss irgendwie da rüber. Ich glaube, ich springe schau jetzt mal, dass ich da rüber rutschen kann und dann den Felsen erwische. Okay. Geht. Okay, hier sterbe ich auf jeden Fall. Das heißt, ich muss da irgendwie rüber. Okay. Dann schaffe ich das auch. Ja, ist ja geil, dass man so schräg rutschen kann. Besser als Bungie springen. Warst du schon mal Bungie springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. Die Luft gejagt. Schlagen. Treten. Okay, okay, verstehe. Bessern. Drogen. Okay, jetzt muss ich glaube ich hier rüber. Boah. So. Okay. So. Haben wir es jetzt endlich. Okay, Leute. Ich hoffe auch, dass das Rutschen jetzt vorbei ist. Aber ob es vorbei ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Oder vielleicht auch ein Abo. Würde ich mich auch sehr drüber freuen, dass ihr auch keine Folge mehr verpasst. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Euer Andi.